Zipras reicht eine Liste ein, die chinesische Talfahrt an den Börsen ist zunächst erstmal gestoppt. Das waren die Zutaten der abgelaufenen Handelswoche und damit herzlich willkommen zum Aktausblick hier bei Handelstag24, präsentiert von Trading212. Ja, zum Beginn der Handelswoche, da sah es zunächst so aus, als würde der Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Wir sehen es hier im Tagesschart, die Kurse doch deutlich unter Druck gekommen. Bis zum Ende der Handelswoche hat sich das Ganze wieder etwas entspannt und beruhigt, also die Kurse deutlich wieder angezogen. Nichtsdestotrotz, lassen wir uns nicht täuschen, übergeordnet im Tagesschart sehen wir dennoch einen Abwärtstrend. Momentan der DAX eher so in der Korrektur. Geht es also in der kommenden Handelswoche weiter nach unten durch unter 10.652 Zähler. Dann wäre erstmal das weitere charttechnische Kursziel auf der Unterseite bei 10.280 Punkte zu suchen. Was ist passiert in der abgelaufenen Handelswoche, dass wir diesen Schub hier nach oben bekommen haben? Zum Beginn haben wir uns ja noch Sorgen gemacht, auch um China, wie wir es letzte Woche besprochen haben. Aber der chinesische Staat, der hat interveniert. Somit ist es jetzt Großinvestoren, die mehr als 5% eines Anteils halten, verboten, für die nächsten 6 Monate diesen zu verkaufen. Zum zweiten, rund 50% der Aktien sind vom Handel ausgesetzt. Und am Mittwoch, da wurde dann auch nochmal bekannt gegeben, dass entsprechend die Versicherer in China jetzt auch mehr Kapital in Aktien investieren können. Und das hat sich dann auch spürbar bemerkt gemacht, hier im Stundenschart. Schauen wir auch hier noch eben rein. Wir sehen es, 10.660, das war das Kursziel nach unten, was wir letzte Woche auch hier besprochen haben. Der Dip dann nach unten, die Korrektur in der Folge nach oben, die ging auch so ein bisschen so an das 61er Retracement heran. Dann die Meldung, dass eben aus Griechenland diese Liste eingetroffen ist. Am Freitag die Kurse direkt wieder weiter nach oben geschoben. Auf Tagesbasis 2,9% plus 11.315 Zähler, so der Schlusskurs am Freitag. Und damit ist dieser Abwärtstrend, den wir gesehen haben, zunächst erstmal lediglich gebrochen. Nicht mehr und nicht weniger. Einen bestätigten Abwärtstrend haben wir hier noch nicht. Aber wir haben die erste Unterstützung mit dem 50er Retracement dieser letzten Bewegung von eben 6,52 bis 11,340 am Freitag in der Spitze. Also bei 10.996 Zähler sollten wir also Korrektur bekommen und dann wieder nach oben durchschieben, ja, dann waren schon die nächsten Widerstände. Zum einen die Kurslücke vom 26. auf den 29. Juni und dann der dickere Brocken, wie auch im Tagesschart besprochen, bei 11.594 bis 11.635 Zähler. Auf der Unterseite sehen wir es identisch wie im Tagesschart. Neben dem Gezeter um Griechenland gibt es auch in der kommenden Handelswoche wieder entsprechende Konjunkturdaten. Kleine Auswahl mal mitgebracht. Dienstag um 11.00 Uhr ZDW-Konjunkturerwartung Mittwoch. Das könnte allerdings dann doch ein bisschen interessanter sein, dass viel mehr Anleger da drauf schauen als Sonntag. Da gibt es dann Daten aus China zum Bruttoinlandsprodukt zum zweiten Quartal. Donnerstag dann 13.45 Uhr EZB-Zinsentscheid und um 14.30 Uhr dann die dazugehörige entsprechende Pressekonferenz. Die weiteren Konjunkturdaten, die besprechen wir dann in unserem Video am Mittwoch. Sollten Sie Interesse haben an weiteren Analysevideos, besuchen Sie unsere Seite handelstag24.com. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein grusames Wochenende, einen positiven Start in die neue Handelswoche. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.